Flasch ging in die Hose. Der rushed! Tot. Fuck! Kriegst du den? Kriegst du den? What the fuck? Wie ist es aus? Wow, der eine drückt wie ein Schwein. Der Marek. Ich schreibe hier mal Let's dance on A. Ich glaube, das sind keine vertrauensvollen Brüder. Alter, null Vertrauen habe ich in den Kerl. Null verschissenes Vertrauen. Ich würde ihn gerne zurufen. Er schießt mich vom Tanzpult runter. Das ist so wie er, wie ich vorhin gesagt habe. Ich glaube, es ist deine Mutter. Er ist gerade live. Oh, der ist cool. Der eine macht mit. Okay, keine Mutter ist irgendwas. Tanzen beide mit? Ja, beide tanzen mit. Ich nehme alles zurück. Wahrscheinlich sind die ehrenhaftesten Mütter, die es auf der ganzen Welt gibt von dem Zweim. Also nach unseren halt, klar. Oh, okay. Nur kurz umher nachher. Alter, what off? Guck mal, ob sein Bild aussieht, der rechte. Oh, shit. Hallo, ich bin Marcel Davids. Marcel Davids aus der Türkei. Guten Tag. Schaut ist genaded. Lang, step. Einer ist durch, lang. Wow. Shit, man. Wow. Headshot direkt, instant rein. Ach du Kacke. Down, down, down. Down rank, down rank. Aber jetzt sehen müssen, wie ich aber auch meine Headshots versemmelt habe. Also ich hatte aber eben, ich glaube, drei oder vier Shots sicher eigentlich einen Headshot. Und ich war immer neben ihm oder hinter, also hinter ihm halt, ja. Ach, ja. Ja gut, aber der guckt auf sein Bild auch nur so. Das war doch vorhin schon DMG. Sind wir jetzt noch niedriger oder was? Ja, gell? Ist das jetzt echt... Ich rücke mich langsam auf Gold. Schaut. Der letzte ist auf Schaut. Warte, ich putze die Waffe hier von dem Boy. Ne, jo, mach das. Er rusht mich. Ne, er rusht mich nicht. Er ist auf... Schaut, 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 schaut. Bitte, 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 bitte. Da ist gerade Boiler reingelaufen. Ja, optimal. Hast du Kämler? Ne, ne, ne. Ich bin auch recht low. Mach du das ruhig. Er kommt bei mir. Schaut. Ich habe nichts gegeben, Alter. Der Scheiß, einen Punch. Oh, er nated. Oh, er flash. Ah, ich dachte, das wäre nate. Fuck. Hat er gut gemacht. Hat er schon schwul gemacht. Sonst war er schon ziemlich schwul, was er gemacht hat. Muss ich auch nicht zugeben. Ich würde mich jetzt suchen, weil das ist nicht mal normal. Im Laufen, du. Der hat mich... Im Laufen hat der mich gepimmelt. Kurz ist tot. Ich lade mal kurz nach. Ich habe da andere Spoiler-Apards. Nice. Weißt du, die beiden jetzt direkt... Ja, klar. Der Kerl ist sitzen geblieben. Hat mich getroffen. What the fuck? Das ist nicht mehr das Kinderhaus. Das sind Banditte. Mitte frei. Ich glaube, Apps. Okay, dann nade ich da gerade mal rein. Mit der Ultranade. Oh Gott, wie wunderschön die war. Short rennt was. Da rennt doch irgendwo was, oder? Ja, Short. Short war einer rein. Er hat so gefressen. Hallowich. Brauchst du Hilfe? War er lang? Einer 80 gefressen. Ich habe es nicht gebacken bekommen. Ihr Ian. Der hat... Welcher war das? Ich habe einem 93 gegeben. Dem Pieck. War das jetzt der, dem ich einfach nichts gedrückt habe? Ja, klar. Natürlich. Das muss ja gewesen sein. Sonst hätte ich einem anderen Damage gegeben. Oder er wäre umgefallen. Oh mein Gott. Das gibt es nicht. Wie kann man da so dreckig behindert sein? Also jetzt ich. Ich habe voll gekauft. Scheiße. Ich habe einen verkackten Ding gekauft. Scheiß Taser habe ich gekauft. Das gibt es doch nicht. 66. Alter, die sind gerade vom Lack gebeutelt, die zwei. Ich habe einen Taser gekauft. Und einfach alles, weil ich geflasht war. Scheiße. Hier ist alles, Alter. AWP. Hauber. Mach jetzt. Mach mich stolz. Let's show them who we are. Let's show them who we are. Molly verworfen. Short ist nur ein bisschen. Nice. Easy gecheatet. Ich gab es durch. Der andere lang. Wir haben immer die perfekten Sprays. soll ich gerne AWP mehr nehmen? AWP? Ne, ne. Nehmen sie nicht, nehmen sie nicht. Ich spiele jetzt nicht noch mal. store. Erinnere dich, das ist deine Mutter. Wird Smoker, lang kommen die, ich gehe auf den Spot. Ich höre sie ballern, beide sogar. Ja ja, ich lass nochmal rein. Ja, der ist da. Hat mich schon gesehen, ich gehe apartis durch, oh scheiße. Oh Gott, er kommt. Nein, nein, nein. Nein! Ich dachte echt, dass er die Waffe jetzt wechselt und dann aber nicht über rechts kommt, und dann auf dem Spot bleibt und da mit einer M4 oder sowas deckt. Hä? Sind wir da echt im Goldbereich oder was haben wir da wieder auf dem Stab? Naja, wir könnten durchaus ein Bastard sein. Nein! Nein! 88 hat er in zwei. Luckboy, der verschissene. Andere hat noch, ja, wie gesagt, 88 gefuttert, noch 12 hat er. Mit AWP, pass auf. Ich bin gleich gefickt. Wenn ich jetzt hier stehen bleibt, sneak peekt er mich. Hier rechts, ne? Ich glaube schon. 12 HP. Er zoomt rechts ein und ist ohne Steps zu machen links. Oh Gott! Fuck! Okay, das war... Der ist echt bis Boiler langsam gelaufen, dann schnell und dann wieder langsam am Spotbereich. Und ich wollte einmal provozieren, dass der schießt, weißt du, an die Kante. Und dann werde ich sofort rausgezogen, wenn er kurz braucht zum Nachladen. Fuck! Faculty Fack Hack. Okay, pass auf, jetzt, das sind sie jetzt. Jetzt geht es rund! Ach so, halt! Wir sind jetzt hier! Wir sind eigentlich da, wo man jetzt nichts mehr drückt. Okay, ich gehe direkt durch. Ich... Äh, ja doch, ich komme mit dir mit. Refrack und sowas. Ach du Scheiße. Refrack! Zwar drei Sekunden zu spät, aber... Na! Jetzt haben wir noch Cash. Vielleicht machen die ja nicht dieses, dieses ultra defensive Spiel, was die andermal gemacht haben, die nur Gemollis geschmissen haben. Vielleicht... Ich gehe Short durch. Guckst du lang? Short down, ich gehe direkt bei hinten. Da ist ein Library. Oh! Und der Diegel! Es hat da immerhin keine Diegel in der Hand. Alter, er kommt vor! What the fuck! Oh, hast du den der Galil geholt? Ja. Oh, ich dachte, der hat eine Umbi-Shit! Deswegen bin ich jetzt einfach so vor, hier ist dann der Galil. Stimmt, ich wollte auch auf Galil gehen eigentlich jetzt. Mensch, ey. Ich flashe jetzt Short direkt. Ich denke, dass wir da auch machen, aber... Dann sind wenigstens... Flashe gegen die Hose. Flashe gegen die Hose. They rushed! Tot! Fuck! Kriegst du den? Kriegst du den? Wie bist du aus? Hat der versucht, dich zu tasern und hast du nicht hinbekommen? Also ich meine, der war doch direkt bei dir, oder? Ja, der ist um die Ecke gesprungen und hat sich dann getasert. Und ist dann mit einem Knife so um mich herumgerannt und ich habe ihn nicht erwischt die ganze Zeit. Lass long rushen. Vielleicht shoten wir rushen lang. Oh Gott, ich bin voll, ich bin voll, ich bin voll. Ciao. Ja, hat mich getasert. Fick nicht. Guck mal, wie er auf sein Bild guckt. Guck mal, wie er guckt. Shit, hast du Geld? Ja, sehr gut. Ja, lass warten, die rushen ja jede Runde. Ja. Er kommt hier rein, echt, was für ein Dummkopf. Ja, ich habe die Nate voll gefressen. Dann. Ich molly shot und gehe dann Apartments. Ja, ich nähe lang und warte dann kurz. Ich denke, dass ein Apartments drin ist. Die wollen jedes Mal direkte Vergeltung. Der ist hier, der ist hier, der ist hier, der ist hier, der ist hier. Nicht. Ich sehe gar keinen. Äh, ein Loch. Pit meine ich. Warum habe ich jetzt gerade auch keinen gesehen? Nein. Also Pit zu 100%, der ist gesteppt. Ja, Pit. Ich müsste meine Nate gefressen haben. Pit. Ich habe gesmaukt. Ich flash. Achso, sorry, ich flash dich voll. Achtung, flash, 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 flash. Sorry. War der Pit spieler? Ah. Er hat noch nicht mal low, sorry. Oh mein Gott. Ich habe gefailt. Nice. Oh Gott. Und ich mache noch so eine scheiß Angabe erst, dass er links wäre. Ich bin von oben runter, bin auf diese Mauer gesprungen. Ich wollte eigentlich auf den Boden und liege auf diese Mauer drauf. Hat auch wieder fail des Jahrhunderts, Mann. Aber das hast du rausgeholt. Richtig. GG. Ubrank. Jetzt kommt der Ubrank. Ich molly wieder Short und gehe Apartments. Ich bin runtergefallen. Dann dauert etwas länger. Okay. Angepusht. Geht auch nicht mal. Ich zeig wieder zurück. Fuck. Ich habe jetzt echt Schiss hier rauszugehen. Ich smoke jetzt einfach mal. Warte, 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 warte. Ich habe den Molly. Ja, ja, ja. Molly kommt. Ich nehme jetzt lange wieder ab. Dann flash ich in Pit rein. Er ist im Pit. Er ist im Pit. Er ist echt im Pit. Mit AWP. Der andere ist On-Spot. Direkt Left. Scheinbar nur mit Pistol. Was? Legen, legen, legen. Das ist, das sind, vor allem. Ja, ja. Ich springe runter. Dann hat es halt seinen Kollegen. Und er steht On-Spot. Warum hat es sein Kollege in AWP und er nur eine scheiß Pistol? Wie machen die das? Warum machen die das? Der ist bei Graveyard. Ja, ist down. Ich komme zu dir. Wir machen zusammen. Together. Ich komme ganz langsam zu dir auf Long. Ich flash mal Short und dann machen wir den. Ich hoffe, der ist nicht im Scheiß-Ding. Ich Molly da rein. Dann lass er On-Spot gehen. Ist er da? Geboostet hinter der Kiste. Ich gehe aufm Plant. Er ist On-Spot. Chichifippe. Ah. Oh, krass. Jetzt will ich echt wissen, was die am Start haben. Guck mal, die Stats wieder genau gleich. Jetzt will ich es wissen. Sie gehen. Ja, gut. Okay.